Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Wir sprechen heute über das Footmesh Event Tag 3. Werden die SPC, die gestern rauskam, lösen und schauen uns so ein bisschen wieder die Marktsituation an. Plus ein Investing-Tipp, den ich euch noch mit auf den Weg gebe. Ob das Ganze gut gehen wird, ich gebe auf nichts mehr eine Garantie, denn der Markt ist in FIFA 19 sehr radikal. Schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Und zwar kamen heute wieder zwei neue SPCs. Gestern habe ich es leider nicht geschafft, dazu ein Video zu machen. Die SPCs gestern waren mit Malkuit und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die zweite Karte war. Auf jeden Fall waren es ganz coole Karten, vor allem Malkuit, den hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe aber schon einen Rechtsverteidiger mit Zanetti. Von daher wäre er als Linksverteidiger für mich unfassbar interessant gewesen. Aber die beiden SPCs waren leider viel zu teuer. Und genau dasselbe ist auch heute passiert. Nabil Fekir. Karte sieht ganz cool aus. Hätte man wirklich gut mitnehmen können. Aber diese Karte, dafür ein 87er Team abzugeben, ist meiner Meinung nach viel zu viel. Die Karte wäre auf dem Markt, denke ich, nicht so viel wert, was wir hier für die SPC bezahlen müssen. Dazu haben wir noch einen Douglas Costa, der auch absolut überteuert ist. Er hat zwar 5 Sterne Skills, aber sonst sehen die Stats nicht stark aus. 86er Team Plus, eine Info- bzw. eine FUT-Champions-Karte, glaube ich. Genau. Meiner Meinung nach auch viel, viel, viel zu teuer. Ich würde die Finger von diesen beiden SPCs lassen, weil ihr einfach so viel Geld in Spieler reinsteckt, die es letztendlich gar nicht wert sind. Und wenn wir uns eben die Marktsituation anschauen, sind Spieler, die sehr, sehr stark sind, aktuell unfassbar günstig. Ob die Karten nochmal hochgehen werden, wirklich der Markt sich irgendwann stabilisieren wird. Es sieht tatsächlich so aus, dass EA uns hier weiter mit neuen Spezialkarten füttern wird und nie eine Karte sich vom Preis her wieder stabilisieren wird. So habe ich momentan das Gefühl, dass EA immer wieder was raushaut, was die Karten nach unten bringt. Wir können uns eine Tolisso anschauen, das habe ich gestern schon oder vorgestern im Video gesagt. Diese Spezialkarte kriegt ihr für unter 20.000 Coins. Das ist unfassbar. Wir gucken mal, ob wir die Karte jetzt hier finden. Ja, hier ist er. Also für 20.000 Coins so eine 85er Ratingkarte. Letztes Jahr wäre das undenkbar gewesen. Jetzt kommen wir mal zu einem Dybala. Da werde ich euch auch mal dem nächsten Video hochladen, wo wir uns die ganze Sache über Football angucken. Und zwar ist Paulo Dybala, wenn ihr die Karte jetzt zieht, letztes Jahr habt ihr da auf jeden Fall mal mit mindestens 100.000 Coins gerechnet, wenn ihr die Karte diesmal zieht. Dann habt ihr hier eine Karte, die zu den günstigsten Karten ihres Ratings gehören. Denn Dybala ist glaube ich 4000 Coins teurer als die günstigsten 88er Ratingkarten. Das ist unbeschreiblich, was wir hier für Preise aktuell haben, weil es einfach so viele extrem starke Karten gibt. Wenn wir uns das zentrale Mittelfeld anschauen, da gibt es fast unendliche Spieler, die ihr da spielen könnt. Ihr seht jetzt hier einfach mal allein an dieser Startelf, was man da spielen kann in der Serie A. Ihr könntet einen Naingolant spielen, ihr könnt einen Alan spielen, ihr könnt eine Medell spielen. Ihr habt noch unfassbar viele Möglichkeiten, was ihr hier im zentralen Mittelfeld spielen könnt, die alle wirklich sehr, sehr gute Stats haben. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Auswahl an Karten so enorm hoch ist, dass dadurch natürlich die Preise extrem nach unten gehen, weil hier keiner mehr eine Naingolant im zentralen Mittelfeld braucht, wenn er hier eine Medell für so einen günstigen Preis mit ähnlichen Stats bekommt. Denn auch Medell kostet um die 20.000 Coins, würde ich jetzt schätzen. Und das ist Wahnsinn. Das sind einfach Preise, die sind eigentlich undenkbar. Das sind Preise, die haben wir eigentlich nur zum Team of the Year, beziehungsweise selbst da, was letztes Jahr wahrscheinlich so, dass die Preise teurer waren. Das sind Team of the Season Preise. Der Markt ist wirklich komplett im Arsch. Und ich glaube und habe auch das Gefühl, dass das dieses Jahr ein großes K.O.-Kriterium ist. Ich habe allein in den letzten zwei Wochen über eine Million Coins Verlust gemacht. Mit einigen Spielern, die ich gekauft habe. Wir gucken uns eine Mares an, habe ich für 100.000 Coins etwa immer eingekauft. Die ist aktuell die Karte bei 70.000 Coins, glaube ich, etwa. Und auch die Ratingkarten sind gesunken, was nicht so schlimm ist insgesamt, weil die werden, denke ich mal, schon früher oder später nochmal hochgehen. Dela Ali selbst, der ist jetzt sogar auf 40.000 Coins getroppt. Das hätte ich auch nie im Leben gedacht. Aber was soll man machen? Die Karten versuche ich jetzt alle überteuert wieder anzubieten und hoffe, dass die eine oder andere Karte weggeht. Ich bin auf jeden Fall momentan wirklich so weit, dass ich echt am überlegen bin, ob ich wirklich dieses Jahr aufhören soll mit FIFA. Denn ich habe absolut null Spiele Spaß mehr. Ich habe mir gerade Messi gekauft und allein, weil ich eben mit der Karte so einen hohen Verlust gemacht habe, habe ich schon gar keine Lust mehr zu spielen. Die Marktsituation ist für mich einfach so, dass sie ein K.O.-Kriterium für mich ist. Und dazu kommt einfach noch, dass wir Events haben, die immer wieder mit irgendwelchen Special Teams ruiniert werden. EA überlegt sich immer wieder irgendwas, was mir letztendlich die Laune am Spiel verdirbt. Und das ist eine Entwicklung, die mir absolut nicht gefällt. Dazu kommen permanent irgendwelche Fails. Allein dieser Mané-Fail, dass diese Special Karte auf 500.000 Coins runtergetroppt wurde, dass sie einfach die Price-Fail wieder geändert haben. Leute, die solche Karten angeboten hatten für einen Preis, der angemessen ist und haben die Karte nach dem Update quasi einfach nur nochmal die Transferliste aktualisiert, so wie ich das jetzt auch eben gerade gemacht habe, dann wurden diese Manés für 500.000 Coins angeboten. Und ihr habt unfassbaren Verlust gemacht. Ich hatte auf Twitter gesehen, wie einer drei Manés deshalb für 500.000 Coins verkauft hat und hat dann einen riesen Verlust gemacht. Dazu kommt noch, dass ich auf Twitter gesehen habe, dass EA-Mitarbeiter auf der EA-Help-Seite, wo man mit EA-Mitarbeitern schreiben kann, da wurde jemandem bestätigt, dass diese Totti-Nominierten-Karten angeblich, wenn diese Totti-Karte letztendlich wirklich ins Team of the EA reinkommt, dass die Karte dann die Stats bekommt von der Totti-Karte. Das Ganze ist jetzt nicht momentan aktuell scheinbar sehr undenkbar, sondern ich gehe auch stark davon aus, dass das nicht passieren wird. Das wäre sehr, sehr kurios. Und vor allem müssten die oder würden diese Preise dann komplett explodieren von diesen Karten. Das wird nicht passieren, da bin ich mir eigentlich zu 99% sicher. Und da finde ich schon eine Unverschämtheit, dass ihr von EA-Mitarbeitern falsche Informationen bekommt und dadurch auch falsch letztendlich handelt, weil ihr dann wahrscheinlich von ausgeht, okay, krass, der kriegt vielleicht jetzt eine Totti-Karte, dann letztendlich hier ein Cristiano Rodaleiro, ein Lionel Messi, wo man wirklich von ausgehen kann, dass die Karten reinkommen. Die werden geupgradet, bekommen dann eine 99er-Karte und da kriege ich die Karte jetzt vielleicht für 2 Millionen Coins, sondern auch günstiger und die geht dann auf 7 Millionen hoch. Das wird nicht passieren, weil die Karte zu 90% nicht geupgradet wird. Und das sind Sachen, die ich sehr, sehr extrem finde, dass EA da mit solchen, ja, dummen Fehlern einfach das Spiel nach und nach zerstört. Es kam hier unten was mit World to the Final-Karten, aber die wurden, glaube ich, jetzt endlich geupdatet. Ja, das war es jetzt schon mal dazu. Wir haben heute wieder eine Wochenaufgabe bekommen, was ganz, ganz cool ist, mit der Thiago-Mendez-Karte. Die sieht ganz in Ordnung aus, jetzt keine so gute Karte, so keine, die man unbedingt machen müsste, aber ich denke mal, ich werde die Karte freispielen, wenn ich die Zeit für habe und die Lust dazu habe. Ansonsten lasse ich das sein. So interessant ist die Karte jetzt auch nicht. Insgesamt bin ich auf jeden Fall jetzt von dem Event letztendlich sehr enttäuscht. Die haben das Footmasse-Event meiner Meinung nach jetzt tatsächlich wieder versaut, auch wenn die Wochenaufgaben cool sind. Finde ich, dass wir so viele Wochenaufgaben bekommen jetzt. Das finde ich sehr, sehr cool. Was ich aber sehr, sehr ärgerlich finde, ist einfach, dass auch die SBCs jetzt seit Tag 2, also am ersten Tag waren die SBCs vom Preis-Leistung super, seit Tag 2 sind die Preise viel zu teuer wieder, warum auch immer, warum hat EA das gemacht, keine Ahnung. Und das ist was, was das Event komplett versaut, weil ich finde, es lohnt sich absolut gar keine Karte mehr davon zu machen, wenn die Preise jetzt so teuer bleiben, dann hat das Footmasse-Event überhaupt nicht mehr den Sinn, dass es mal hatte. Es war mal ein SBC-Event, jetzt ist es ein Pack-Event, weil die SBCs aktuell unbrauchbar sind. Gucken wir uns jetzt einfach mal ein paar Investitionsmöglichkeiten an, für die, die das Ganze noch machen wollen. Wann die Karten steigen werden, ob die Karten steigen werden, keine Ahnung. EA lässt sich immer wieder irgendwas Kurioses einfallen. Auf jeden Fall sind das hier alles Spezialkarten, die dicht oder teilweise oder die meisten Karten haben hier tatsächlich den Preis, was auch die günstigste Goldspielerkarte wert ist. In ihrem Rating heißt, dieser Thiago Silva hier gehört zu den günstigsten 88er Ratingkarten und ist eine Spezialkarte. So ist es auch bei Skrindia, der sogar noch sehr spielbar aussieht, Verratti, Bonucci, Hummels, Zirsch und auch Bruno Fernandes. Und sobald Spezialkarten so günstig sind wie die günstigsten Goldspielerkarten, könnt ihr normalerweise, das will ich dieses Jahr auf jeden Fall dazu sagen, absolut keinen Verlust machen. Ihr könnt eigentlich nur gewinnen. Wie hoch der Gewinn aussieht, wie lange das Ganze aussehen wird, ob das letztendlich dann eine gute Investition war, wird sich hinterher erst herausstellen, aber ihr habt auf jeden Fall da eine risikofreie Variante ohne Verlustpotenzial. Aber das weiß man dieses Jahr insgesamt nie. Ich würde jetzt wirklich auf so sichere Sachen schauen, weil die anderen Sachen, ja, durch EA sehr schnell beeinflusst werden können und dann könnt ihr auch mal, wie ich eben, ganz schnell eine Million Coins Verlust machen. Kimmich als Außenverteidigerkarte mit einem 87er Rating sollte man sich aus SBC-Gründen auf jeden Fall mal anschauen. Die Karte geht bald auch in die Richtung der günstigsten 87er Ratingkarten, wenn die wirklich da angelangt ist, ein bisschen mehr wie die günstigsten 87er Karten kosten. Dann sollte man sich Kimmich auf jeden Fall auch mal zulegen, dass Außenverteidiger immer die besten Investitionskarten sind. Und Luis Alberto ist auch tatsächlich ziemlich nah an den normalen 87er Goldspielerkarten. Und deshalb ist auch eher eine super Investition, zumindest mal in den letzten Jahren gewesen. Ob sich das Ganze jetzt lohnen wird, die High-Rated-Informs haben sich tatsächlich alle eigentlich sehr gelohnt. Das sind Karten, die über 10.000 Coins gestiegen. Jetzt ist es mit Luis Alberto wieder eine 87er Karte da, die so extrem günstig ist, wo man, denke ich, auf jeden Fall auch gutes Profitpotenzial hat. Ansonsten würde ich mir immer wieder die Außenverteidiger anschauen, vor allem die 82er Rating-Außenverteidiger. Ich habe ja wieder auch zu den Ratingspielern gemacht. Solche Karten kann man, denke ich, mitholen. Alles andere müsst ihr wirklich immer aktuell spekulieren. Der Markt ist halt eben wieder komplett am Boden. Theoretisch könnte man sagen, okay, jetzt haue ich wieder meine Coins da rein, aber dann kommt nächste Woche wieder was und der Markt geht noch weiter nach oben. Deshalb müsst ihr sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe jetzt sehr, sehr viel um den heißen Brei herumgeredet. Ich bin sehr genervt vom Spiel. Wir gucken uns jetzt einfach nochmal die SPC an, die ich gelöst habe, weil die war gar nicht so einfach. Da habe ich euch im Vorhinein quasi die SPC in ein kleines Video gepackt. Und das schauen wir uns jetzt einfach an und dann war es das von mir. Wir lösen jetzt noch gemeinsam die Footmatch Challenge, die EA uns heute rausgebracht hat. Die sieht sehr, sehr kompliziert aus. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um eine Lösung zu finden. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich euch jetzt hier eine präsentieren kann, denn ich glaube, dass der ein oder andere da wirklich mit am Kämpfen ist und deswegen hier vielleicht so einen Lösungsvorschlag gebrauchen kann. Ich zeige euch einfach hier, wie die Verlinkungen aussehen sollen. Ich würde jetzt nicht genau diese Spieler kaufen, weil es hier auch Spieler sind, die natürlich in meinem Verein sind. Also wir haben neun Spieler oder zehn Spieler Loyalität. Das heißt, ohne Loyalität werdet ihr es wahrscheinlich auch gar nicht hinbekommen. Schaut euch einfach die Verlinkungen an, wie ich die hier eben aufgebaut habe und versucht, die in der Art und Weise nachzubauen. Ihr seht, dass ich jetzt auch 94 Chemie habe. Das heißt, dass ihr theoretisch nur sechs Spieler mit Loyalität braucht. Die werdet ihr definitiv im Verein haben und dann könnt ihr diese Aufgabe so lösen. Wir gehen die Spieler einmal durch, nur für die, die das vielleicht sehen wollen. Dann Fährmann, Höwedes, Vogt, Rodriguez, Leines oder wie er ausgesprochen wird, Ibora. Dann haben wir hier Zubeldiya, Vasquez, Silva, Maas und Sergi Enrich. Wir schicken das Ganze ab und dann hoffen wir, dass EA uns in diesem Mega-Pack heute endlich mal belohnt. Denn unser Pack-Lack dieses Jahr ist irgendwie ne komplette Katastrophe. Mal schauen, vielleicht heute hier im Video ein schönes Mega-Pack, wo was Gutes drin ist. Wir probieren's aus. Drei, zwei, eins. Oh, aber sehr, sehr schönes Design. Boah, da muss man echt EA jetzt schon mal loben. Aber leider kriegen wir nix Gutes. Ich habe auch nix Gutes erwartet. So ist das dieses Jahr leider. Aber was soll's. Ich würde sagen, das war's jetzt vom Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.